Ich will ja mein Office ein bisschen schöner machen und deswegen baue ich mir jetzt meinen Jeepnay zusammen. Diesen Jeepnay-Bausatz habe ich beim National Bookstore entdeckt für 399 Peso. Der ist von der Firma Sluban. Das ist eine in den Philippinen ansässige Firma. Gibt es auch ein paar Peso billiger auf Lazada, aber ich denke mal für 400 Peso ist das auch ein super Mitbringsel. Geschenk für Leute, die eben nicht so oft auf die Philippinen kommen. Der Bausatz hat 156 Teile und ist freigegeben ab sechs Jahre. Sieht man auch wegen der ganzen kleinen Teile, die da drin sind. Die Anleitung ist okay, wenn man sich ein bisschen damit auskennt. Ich habe noch versucht auf Lazada zu sehen, ob die noch andere philippinische Originale haben, wie zum Beispiel ein Tricycle. Ich habe aber nichts gefunden. Scheinbar ist dieser Jeepnay-Bausatz ein Unikat. Ich habe noch versucht, eine kleine Auge und dieichteänge, die wir in der Falle stattenden. Das ist ein wenig Bedeutung, wenn ich bin mir bewerben. Ich habe noch eine kleine Auge, die wir in der Stadt steigen! Ich habe noch nicht die Dereinigung, die ich bin in der Stadt. Du, dann bist du auch noch nicht die Dereinigung, dass sie sich in der Tat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020